Die politische Woche, der Talk. Ich habe das Thema mitgebracht, ob die Schrauben müssen angezogen werden bei der Ausschaffung von Asylsuchenden. Und da werden wir spannende Diskussionen haben, weil das Thema bewegt uns, auch aufgrund von der aktuellen Entwicklung, wo es wieder Zunahmen geben wird. Und auch bei den Sozialkosten wird es massive Steigerungen geben.